Seit April 2012 hat im Herzen Mainburgs in der Abensberger Straße 38 der neue Bella Vita Bio-Supermarkt eröffnet. Für den Kunden bietet sich eine Auswahl von ca. 5000 Bio-Produkten. Das reichhaltige Angebot reicht von Brotaufstrichen von süß bis deftig, Müslis und Frühstücksflocken, Nudeln, Gewürzen, Obst und Gemüse sowie einer großen Auswahl an Säften bis hin zu einer Backwarentheke. Die angenehme Atmosphäre und die sehr netten Verkäuferinnen machen den Einkauf zum Vergnügen. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die reichhaltige Käsetheke mit rund 70 verschiedenen Sorten sowie die anspruchsvolle Weinabteilung mit qualitativ hochwertigen Weinen gelegt. In der Naturkosmetikabteilung findet der Kunde auch namhafte Hersteller wie Dr. Hauschka und Annemarie Börlind. Auf ihren Einkauf freut sich das gesamte Bella Vita Team. Untertitelung des ZDF für funk, 2017